Willkommen zum aktuellen IG-Market-Update. Zum Wochenaufklang dominiert vor allem die Unsicherheit über den weiteren Verbleib Griechenlands in der Eurozone das Geschehen an den Aktien- und Devisenmärkten. Sollte bei den Ende Januar stattfindenden Wahlen die radikal-linke Oppositionspartei Syriza an die Macht gelangen, würde die bisherige Spar- und Reformpolitik in Hellas wohl der Geschichte angehören. Meldungen, wonach die deutsche Bundesregierung vor diesem Hintergrund auch ein Ausscheiden der Griechen aus der Währungsunion, den sogenannten Grexit, für möglich und machbar einschätzt, drückten den Euro auf Preisregionen unterhalb der Mark von 1,19 US-Dollar. Der DAX schlägt sich in dieser Gemengelage nach anfänglichen Verlusten noch vergleichsweise wacker und notiert bei momentan 9.763 Punkten kaum verändert. Gold kann derweil um 0,3% auf aktuell 1.193 US-Dollar je Feinunze zulegen. Gold kann der Wahlen getötet werden. Gold kann der Wahlen von der Wahlen. Gold kann der Wahlen. Gold kann der Wahlen.